Ja, liebe Interessierte oder Neugierige am Livestream, liebe Genossinnen und Genossen, ich will unser heutiges Treffen nutzen, um eine grundlegende Überlegung hier zur Debatte zu stellen. Ich meine, wir müssen schleunigst damit anfangen, einen wirklichen Politik- und Regierungswechsel im Bund in Angriff zu nehmen. Nicht als rhetorische Geste, nicht verstohlen, sondern ernsthaft auszustrahlen. Wir wollen an die Macht, aber nicht als Selbstzweck, sondern um etwas grundlegend zu ändern in diesem Land. Und wenn ich das so deutlich anspreche, laufe ich natürlich Gefahr, dass das verkürzt wiedergegeben wird unter der Überschrift Kipping für Rot-Rot-Grün. Solche Schlagzeilen rufen in unserer Partei erfahrungsgemäß bekannte Reaktionen hervor. Die einen meinen, sie wären ja sehr wohl fürs Regieren, aber die Umfragen wären doch gerade nicht danach. In der Tat, Mathematik ist unbestechlich. Zusammen kommen SPD, Linke, Grüne und wir noch nicht über 50 Prozent. Ich meine, noch nicht. Andere führen dann kenntnisreich aus, dass doch wir Erfahrungen aus ganz Europa haben, wo Regierungsbeteiligung am Ende immer zu Lasten der sozialistischen Parteien gingen. Ja, das stimmt. Es gibt eine Geschichte des Scheiterns, die müssen wir studieren, und zwar dahin, was wir anders machen können. Andere verweisen dann gerne auf den Zustand von SPD und Grün, die immer wieder davor zurückschrecken, sich mit den Konzernen anzulegen. Auch diese Kritik teile ich voll Leidenschaft. Allein wenn ich an die aktuelle Polemik von Andrea Nahles gegen das angebliche Recht auf bezahltes Nichtstun denke, juckt es mir in den Fingern sofort, eine Gegenargumentation zu verfassen und daran zu erinnern, dass genau diese diskursiven Figuren, dieses Gegenüberstellen von dem hart arbeitenden Steuerzahler auf der einen Seite und den faulen, Sozialleistungskassierenden auf der anderen Seite immer den Neoliberalismus stark gemacht hat. Und irgendwann kommt in diesen Debatten auch gerne das kluge Zitat, sie meinten, sie seien an der Macht, dabei waren sie doch nur an der Regierung. Das stimmt. Aber die Umkehrung ist eben auch nicht richtig. Denn einfach der Regierung fern zu bleiben bedeutet nicht, dass man automatisch mehr Macht hat. Bevor ihr nun meinem Vorschlag zu schnell zustimmt oder zu schnell entrüstet, widersprecht, bitte ich euch, dass wir heute mal was versuchen, und zwar, dass wir versuchen, unsere üblichen Rollen und Reaktionsweisen zu verlassen. Wir stimmen heute hier nichts ab. Wir müssen nicht auf den schnellen Abstimmungserfolg und auf den schnellen Beifall hier unter uns argumentieren. Wir können uns also den Luxus leisten, mal zu versuchen, einen grundlegenden Kurswechsel zu denken und dabei zu überlegen, welche Pfade wir dabei einschlagen müssen. Wege, die erst beim Gehen entstehen. Und wenn ich das anspreche, dann geht es mir wirklich nicht um kleinteilige Reform. Warum? Es geht mir auch wahrlich nicht um Anpassung. Es geht vielmehr darum, dass wir das Ruder rumreißen und etwas gegen die Konzentration von Macht, Geld und Wissen in den Händen einiger weniger tun. Der Einfluss der oberen 10.000 ist unermesslich groß. Wer hat, dem wird gegeben. Das Machtpotenzial der westlichen Welt führt zu Kriegen oder wird für Kriege eingesetzt, die wiederum zu Flucht und Vertreibung führen. Große Internetkonzerne beherrschen den Cyberspace jenseits von demokratischen Kontrollen. Und deswegen brauchen wir eine andere Regierung, die diese Machtkonzentration beherzt angreift. Es geht mir um ein Regierungsprojekt, das ernsthaft die Aussicht auf Verbesserung eröffnet. Und es geht darum, immer wieder zu erkunden, wo sind Ansatzpunkte, wo wir die Kräfteverhältnisse nachhaltig verschieben können. Das heißt zum Beispiel, in der Wissenschaftspolitik zu schauen, wo können wir Gesellschaftskritik nachhaltig befördern. Sicherlich, solch ein grundlegender Regierungswechsel ist schon schwer zu denken. Ganz zu schweigen von seiner Umsetzung. Warum bringe ich ihn jetzt trotzdem mit solchen Nachdruck ins Gespräch? Für mich sind zwei Gründe ausschlaggebend. Erstens, der Rechtsruck speist seine Stärke aus der Ohnmachtserfahrung und der sozialen Verunsicherung der vielen. Und dieser Ohnmachtserfahrung müssen wir die Aussicht auf wirkliche Veränderungen entgegensetzen. Zweitens, der Kapitalismus ist an einem destruktiven Punkt angekommen, an dem sich ein Weiter-so verbietet. Und um die Weichen für einen Kurswechsel zu stellen, müssen wir ran an die Knotenpunkte der Macht. Und ich sage das in dem Wissen, dass diese Orte der Macht nur zu gut dazu neigen, diejenigen zu verändern, die einst aufbrachen, um sie zu verändern. Deshalb gilt es natürlich auch zu erkunden, mit welchen Instrumenten wir uns gegen Anpassung immunisieren. Wie wir verhindern, dass wir uns am Ende mit dem überidentifizieren, was wir an Zugeständnissen machen müssen. Wie wir verhindern, dass wir im Alltagsstress der Verwaltung die kritische Reflexion vergessen. In unzähligen Debatten, sei es vom Jobcenter, in Theaterseelen oder im Netz, habe ich immer wieder folgende Beobachtungen gemacht. Viele glauben uns, dass wir wirklich, wirklich Hartz IV überwinden wollen. Aber viele bezweifeln, dass wir das können. Die SPD hat ein anderes Glaubwürdigkeitsproblem. Ihr glaubt kaum noch jemand, dass sie Hartz IV überwinden will. Das ist ein Unterschied. Nun könnten wir uns freuen und sagen, Mensch, wir stehen ja als die ehrenwerteren Politikerinnen da. Uns glaubt man, dass wir das wirklich, wirklich wollen. Das ist toll fürs Ego. Im Ergebnis aber führen beide Glaubwürdigkeitsprobleme dazu, dass bei den Entrechteten die Ohnmachtserfahrung zunimmt. Und diese Hoffnungslosigkeit kann schnell umschlagen in Verzweiflung, in Wut, die sich dann gegen Sündenbürger entlädt. Nicht nur bei den Europawahlen drohen die Rechten zu erstarken. Und wir wissen, die Rechten wissen die Macht zu nutzen, wenn sie sie einmal haben. Das ist nicht nur in der Geschichte gut zu studieren, das ist auch aktuell in Österreich gut zu beobachten. Dort schleift schwarz-blau soziale Standards und es wächst der Einfluss von organisierten Rechten in der Polizei und im Staatsapparat. Vor diesem Rechtsruck dürfen wir nicht kapitulieren, denen müssen wir die Stirn bieten. Dieses Stirnbieten erfordert gesellschaftliche Mobilisierung wie bei Unteilbar, wie bei der Seebrücke. Es erfordert Zivilcourage im Alltag, wie sie das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus befördert. Doch darüber hinaus braucht es eine glaubwürdige soziale Alternative zum Weiter-so, die am Ende auch in ganz konkreten Gesetzesänderungen mündet. Wir ahnen ja, wie groß die Widerstände sind, wenn wir wirklich grundlegend die Verhältnisse neu ordnen wollen. Und diejenigen unter uns, die schon praktische Erfahrungen in Verwaltung haben, die wissen, wie heftig die Gegenwehr schon bei kleinen Veränderungen sein kann. Wir haben ja so einiges vor und zum Glück müssen wir nicht bei Null anfangen, sondern wir können an einigem anknüpfen, was wir in der Vergangenheit angeschoben und geleistet haben. Wer Großes bewirken will, darf nicht für Selbstveränderung zurückschrecken. Marx fasst das in seinen Feuerbach-Thesen wie schön so schön zusammen. Selbstveränderung und die Veränderung der Verhältnisse, das muss zusammenfallen. Eine erstarrte Partei kann den Herausforderungen nicht gerecht werden. Auf dem Leipziger Parteitag haben wir deswegen in großer Einmütigkeit beschlossen, dass wir uns stärker noch als Partei in Bewegung aufstellen. Partei in Bewegung, das meint erstens die enge Verbindung zu denen, die bereits in Bewegung sind. Wir arbeiten eng mit den verschiedenen Bündnissen zusammen. Wir haben uns mit der Kontaktstellung, mit dem Bewegungsratschlag einen Ort des kontinuierlichen Austauschs geschaffen. Zweitens besagt Partei in Bewegung, unser Anspruch ist wirklich ernsthaft, was in dieser Gesellschaft in Bewegung zu setzen. Und drittens meint es, dass wir uns selber ständig weiterentwickeln müssen und für neue Mitstreiterinnen öffnen. Und das Argument, das haben wir ja schon immer so gemacht, sollte in Zukunft immer mit folgender Frage konfrontiert werden, warum haben wir das eigentlich schon immer so gemacht? Wir haben gute inhaltliche Konzepte zu bieten. Unser Steuerkonzept ist durchgerechnet, garantiert Schutz vor Armut und stellt die Mitte besser. Unser Rentenkonzept auch. Wir haben tolle Antworten für gegen den Pflegenotstand und gegen Mietenexplosion. Für die Energiewende, für die Verkehrswende bieten wir konkrete Vorschläge. Liebe Leute, wir waren wegweisend bei der Forderung nach Sanktionsfreiheit. Am Anfang waren wir die Einzigen, die das gefordert haben. Das erschrak auch einige bei uns. Dürfen wir denn was fordern, was sonst niemand fordert? Inzwischen haben sich Sozialverbände, Menschen aus Gewerkschaften, die Grünen dieser Forderung angeschlossen. Und auch in der SPD wächst die Kritik an den Hartz-IV-Sanktionen. Auf diesen Fortschritt können wir stolz sein. Das ist auch der Erfolg unserer Beharrlichkeit und der Beharrlichkeit von Anti-Hartz-IV-Aktivisten. Einige von uns haben ganz praktische Erfahrungen in der Verwaltung in Kommunen und Ländern gemacht. Liebe Linke, die ihr in Rathäusern und in Ministerien, in Ämtern arbeitet, eure Erfahrung ist wertvoll. Wir müssen die noch viel stärker für uns aufarbeiten, um zu würdigen, was gelang und zu studieren, was nicht gelang, was man daran anders machen muss. Inzwischen haben wir auch Erfahrungen mit dem Ansatz Regieren in Bewegung. Ich will nur das aktuelle Beispiel nennen Karl-Marx-Allee. Wie großartig, dass die Berliner Linke dort auf ganz praktische Art und Weise die Eigentumsfrage stellt. Es ist toll, was ihr da macht, liebe Berliner Linke. Und das zusammen mit der Mieterbewegung. Im vergangenen Jahr war ich in Europa unterwegs, habe ich mit der Spitze von Podemos getroffen, mit der Leberpartei Jeremy Corbyn, auch um aus den Erfahrungen zu lernen, wie die das in diesen Ländern angehen. Und habe auf dem Leberparteitag mir angeschaut, mit was für einer Ernsthaftigkeit auch alternative Wirtschaftskonzepte in Verbindung mit ökologischem Umbau bei Leber entwickelt werden, um einen Regierungswechsel vorzubereiten. Davon können wir lernen. Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit intellektuellen und kritischen Köpfen. Gestern hat Carolin Ehmke auf unserem Neujahrsempfang gesprochen, das war wirklich ein Höhepunkt. Wir stehen im Austausch mit Fricka Haug, mit Chantal Mouffe, mit Didier Eribon. Ja, die Erkenntnisse kritischen Denkens sind unverzichtbar, wenn wir gemeinsam die Gesellschaft verändern wollen. Und nicht nur, weil wir morgen Grenze an ihrem Grab niederlegen, will ich an der Stelle auf Luxemburg verweisen, und zwar auf die Art und Weise, wie Fricka Haug sie für viele Frauen zugänglich gemacht hat. Die Kunst der Politik besteht auch in einer Gratwanderung, wo es zwei Dinge zu vermeiden gibt. Folgenloses Theoretisieren und planlose blinde Praxis. Erst im Zusammenspiel von Praxis und Theorie kann sozialistisches Eingreifen gelingen. Viele von uns nennen das eingreifendes Denken. Kurzum, wir haben einiges, an dem wir anknüpfen können, das ist gut, denn die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind enorm. Was steht nun konkret an? Auszustrahlen, dass wir wirklich gewinnen wollen. Begeisterung zu entfachen für das, was möglich wäre. Naja, davon sind wir noch weit entfernt. Aber genau deshalb gilt es zunächst, Neugierde zu wecken, wie eine grundlegende Alternative aussehen könnte. Also lasst uns der gesellschaftlichen Fantasie Futter geben, welche Entwicklung im Guten denkbar wäre. Ich schlage vor, dass wir dabei sowohl an den alltäglichen Sorgen anknüpfen, wie die großen Zukunftsfragen in den Blick nehmen. Zu den Alltagssorgen gehört, dass viele Menschen das Problem haben, über den Monat zu kommen mit ihrem Einkommen. Das Monatsende bedeutet für sie, dass sie jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Unser Ziel ist, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, dass die Mitte besser gestellt ist. Unser Ziel ist, jene zu entlasten, die eben kein großes finanzielles Polster haben. Kriege und Klimawandel bedrohen schon heute das Leben und die Lebensgrundlage von Millionen. Und sie bedrohen ganz generell unsere Zukunft auf diesem Planeten. Zu den großen Zukunftsfragen gehören also Friedenspolitik und Klimagerechtigkeit. Die Zeit, in der wir den Klimakollaps noch eindämmen können, die läuft ab und deswegen können wir es uns beim Thema Klimaschutz nicht leisten, auf Zeit zu spielen. Zukunftsfähige Politik und in unserem Papier zum Jahresauftakt haben Bernd und ich diesen Spannungsbogen von Alltagssorgen und Zukunftsfragen mit ganz konkreten Zielen untermauert. Dass alle ohne Sorge über den Monat kommen, dass wir alle auf dem Planeten eine Zukunft haben. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Zukunftsfähige Politik muss auch immer auf dem Stand der Produktivkraftentwicklung stattfinden. Die Digitalisierung verändert die Erwerbsarbeitswelt und unsere Art zu kommunizieren schon heute in ungeheurer Geschwindigkeit. In einer linken digitalen Agenda haben einige von uns Vorschläge unterbreitet, welche Weichen wir umstellen müssen, damit der technische Fortschritt nicht nur einigen wenigen Internetkonzernen zugute kommt, sondern allen. Um darüber weiter gemeinsam nachzudenken, planen wir einen Tag der Digitalisierung in 2019. Mutiger Klimaschutz, ein sozialer Aufbruch, der Einstieg in eine Friedenspolitik, all das erfordert eine starke Linke. Deshalb wollen wir wachsen. Aber selbst, wenn wir enorme Fortschritte bei der Parteientwicklung vornehmen, werden wir das nicht alleine stemmen können. Und deswegen müssen wir potenzielle Bündnispartnerinnen einladen, mögliche gemeinsame Wege und Ziele zu erkunden. Das erfordert auch Vertrauen aufzubauen, ohne naiv zu sein, was das Trend anbelangt. Einladend in der Haltung, aber wahrlich nicht bescheiden in den Zielen, die wir durchsetzen wollen. An die Adresse von SPD und Grünen sage ich heute und hier, wir drei Parteien links der Union, wir stehen in der Pflicht, eine fortschrittliche Regierungsalternative zu ermöglichen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber der Geschichte, gegenüber den Alltagssorgen der Menschen heute und angesichts der großen Zukunftsfragen. Zudem stehen 2019 einige Wahlkämpfe an, zum Beispiel die Kommunalwahlen. Vor Ort stellen wir ganz praktische Fragen. Wird die Mobilität durch ein Sozialticket bezahlbarer? Fährt der Bus häufiger oder bleibt das Dorf weiter abgehängt? Kommt das kommunale Wohnungsunternehmen oder wird Wohnen zu einem Luxus? Die Linke macht hier vor Ort den Unterschied. Vor Ort beginnt unsere Verankerung und die wollen wir auch bei den Kommunalwahlen gemeinsam vertiefen. In Bremen wollen wir gestärkt in die Bürgerschaft einziehen. Dort haben wir als Linke auch in der Opposition konkrete Verbesserungen in der Bildung erkämpft. Ja, wir kämpfen für mehr Schulsozialarbeit, für sozialen Ausgleich in der Bildung, damit die Kinder besser unterstützt werden, denen das Elternhaus nicht so viel mit auf den Weg geben kann. Denn jedes Kind hat das Recht auf einen guten Start ins Leben. Im Osten fabuliert die AfD schon von einem Siegeszug. Gegen diese drohende Barbarisierung stehen wir. Wir sind jeweils die Kraft, die für Soziales und Solidarisches steht, die sich dafür einsetzt, dass der Osten nicht auf der Strecke bleibt. In Brandenburg wollen wir die bestehende Regierungsbeteiligung verteidigen. Und nicht nur in Brandenburg sagen wir der Kinderarmut den Kampf an, den dringlichen Kohleausstieg, den wollen wir sozial gestalten. Und zwar mit Beschäftigungsgarantien und indem wir dem Bund verpflichten, mehr Geld für den Strukturwandel in die Hand zu nehmen. Ja, der Kohleausstieg kostet auch Kohle. In Sachsen wollen wir dafür sorgen, dass der Wahlkampf zu einem Dreikampf wird. Zwischen den rechten Hetzern, der Staatspartei CDU, die verantwortlich ist unter anderem für den Personalmangel in der Schule und schließlich der Kraft, die für ein soziales und solidarisches Sachsen steht, das sind wir, die Linke. In Thüringen geht es um die Wurst. Alle fortschrittlichen Kräfte sind dort gefragt, die Mitte-Links-Regierung um Bodo Ramelow zu verteidigen. Das ist klar. Beim Thema Wurst wären die Fleischesser wach. In Thüringen auf jeden Fall kommt es darauf an, dass alle fortschrittlichen Kräfte die Mitte-Links-Regierung um Bodo Ramelow verteidigen und zu Recht gilt Bodo weit über die Grenzen Thürings hinaus als die Stimme des Ostens. Wir sind Hoffnungsträgerin für ein anderes Europa. Die zukunftsfähige Kraft gegen die autoritäre Wende in Europa. Noch sehen uns nicht alle so, aber lasst uns dafür sorgen, dass sich das rumspricht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben einiges vor. Energieraubende, innere Blockaden können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir sind die Partei des Protestes und die Partei der Hoffnung. Das sollten wir ausstrahlen. Nur mit einer starken Linken sind soziale Mehrheiten links der Union überhaupt vorstellbar. Nur mit einer starken Linken gelingt mutiger Klimaschutz, der soziale Aufbruch, wagen wir also zu gewinnen. Wir sind als Linke nicht nur untereinander Genossinnen und Genossen, sondern auch Zeitgenossinnen. Wir leben, um mit Walter Benjamin zu sprechen, in der Jetztzeit. Der Jetztzeit, mit all ihren Problemsorgen, aber auch mit allen ihren befreienden und erlösenden Potenzialen nutzen wir diese. Dankeschön. Vielen Dank.